cool eine kleine insel gebaut aber von vorne kommt was von vorne heißt da wo wir hin wollen ja das hat mich beschossen von hinten ne und da drüben schießt auch rüber ja krankenwagen ja hast du hast du hast du hast ich guck mal vielleicht sehe ich einen umgelegt aber jedenfalls weg vom fenster dass man den so laut hat stöhnen hören aber der war drüben auf der anderen seite auf dem hügel da hinten bin mir nicht sicher ob ich etwas gehört habe noch jetzt rechts von dir dahinter oben 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 dahin habe ich erschossen das war glaube ich es oder sowas so blöd kann kein spieler gelaufen sein ich wusste nicht von wo ihr meint dass wo andere sind da wo wir hin wollen also darüber ja wo da oben links in Richtung Berg oder in Richtung der so blöden Halle ja ich war ja unten am strand also wer hat dich erschossen ein spieler oder da war ja zu furcht bist du was ich habe hinkehmer Da müsste irgendwo ein Gebüsch sein. 2-2. Ich dachte, das ist zwar ein Skeff. Ach, erleck mich doch. Ich habe einen Spieler erschossen. Bei Minute 8. Habe ich dem jetzt noch einen Headshot verpasst? Ne, aber ich habe da vorne einen Skeff auch erschossen, oder nicht? Thomas, habe ich mich schon bedankt? Ich glaube. Alter! Alter! Ich mache schon mal leer. Oh, Alter! Habt ihr einen Tod gemacht? Ja, er hat mich. Ja, genau. Wenn du reingehst, mach mal. Da. Ja, da hat er von mir. Da. Da. Oh. 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 So, wo ist der Rest? Als ich noch, wie alt war ich denn da? 14. Da hatten wir mal zwei Bullen im Stall stehen. Zwei gleich. Max und Moritz. Geil, geiler Narr. Aber das war, da war mein Schutzengel im Spiel, dass ich heute hier noch sitze. Beim Ausmisten muss ich dir erinnern, du hast die ja immer dann eingesperrt in so einen Gatter, dass die da nicht weiter sich bewegen können. Aber die Beine kannst du ja nicht festbinden. Und ich bin so hinter dem, und kratzt da so die Scheiße weg. Tut mir leid, Leute. Es ist halt so. Auf einmal holt der aus und latscht gegen die Wand. Also wirklich zwei Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Da fiel der Putz dort ab, Junge. Da bröckelt das nur so. Das waren zwei, Alter. Alter, waren das zwei. Einer ist ungeniedert von den Hunden. Mist. Na bitte. Da war doch tot, oder? Habe ich glaube ich nicht. Ne, warte mal, gerade kurz. Habe ich jetzt ein paar neue gesehen. Ne, den habe ich leider nicht. Schade. Da muss ich nämlich rein, da muss ich was abholen. Du, nein. Du schießt schon, oder was? Pass auf. Sniper von oben. Sniper von oben. Okay. Echt? Ich bin tot. Alter, ihr seid alle zwei tot. Das Allerschärfste bei euch oder beziehungsweise Alleinstellungsmerkmal ist ja das Sächsische, ne? So geil. Meine Schwägerin kommt auch aus Sachsen. Okay. Ich höre das so gern. Also das sage ich nicht. Ich meine, ich bin selber kein Sachsauer. Das hört sich einfach geil an. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Gibt es nicht so viele von uns, sozusagen. Gerechtig. Unterdruck auf Szenen. Wenn du mal Englisch sprichst, Matze, es ist einfach perfekt. Aber gucke, Samurai, da bist du wenigstens derjenige, der auch mal sagt, hey, Matze, gucke hier. Ich habe Blutstellen für dich, die du noch nicht kennst. Benji heimst sich das alles allein ein. Ja, weil ich mir gesehen habe. Also Bate Latsch und Johnny und ich sind schon drin. Außerdem hast du noch im Strumpf, Alter. Du hast Ja, das sieht echt bitter aus. Der Typ sieht echt scheiße aus. Wirklich so fremdschämend. Was habe ich noch? Ich habe Pass to Shoreline, Hideout at the Grotto. Ja, dann komm, dann gehen wir Pass to Shoreline. Industrial Zone. Ich habe Pass to Shoreline auch. Du, Benji? Ja, ja. Hau mal nicht rein. Oh, scheiße. Hätte mal Erna geguckt, Mann. Wir waren schon fast dort. Oh, jetzt kann man die ganze... Er steckt die aber wirklich früh rein, du. Also, das ist echt... Na, mich wundert's. Na, gut. Aber mit Profis. Oh, ja. Ist das so? Deswegen verschwindet er ab und zu mal im Raid. So, wenn wir hier sind, ist er auf einmal weg. Kommt zurück. Die Sache ist, geh mal zum Stash. Hörst nur noch. Uh, oh, uh. Ich weiß nicht, wo er steckt. Jetzt. Einen habe ich zerrissen. Sind die jetzt zornig auf mich? Du warst ja nicht im Gebäude drinnen, oder? Ja. Wollte gerade sagen, letztens war man im Gebäude drinnen. Deswegen auch nicht stinkig. Also, die geben manchmal Warnschüsse ab auf dich. Aha. Das habe ich schon mal gehabt. Hier, das Stückchen meine ich. Hier sind wir durchgerannt. Durch diesen kleinen... Ey, die schießen, die Idioten. Warum? Alter, sind die noch zu retten? Ich war da ja nicht in dieser verkifften Hütte drinnen. Verkiffte Hütte? Ich will jedes Mal auf dem Teddybär da drüber sitzen. Ja. Oh, Achtung, ich hätte geschossen. Ich bin tot, aber einen habe ich schon. Und den down. Einer ist down. Ich bin zu zweit. Das Gefühl, links ist noch jemand. Ja, ich hatte nur Einzelfeuer da drinnen, ich Idiot. Ja. Ich auch, ich auch. So, den einen habe ich schon. Der ist links von dir jetzt. Ach, Mann, Alter, leck mich doch. Das kannst du mal in den ganzen Raum platzieren. Ich bin sonst immerhin noch in die Ecke gesprungen. Ja, kannst du. Alter, dreimal 30 Sekunden, das ist das letzte. Ja. Die haben dich eigentlich wirklich getroffen, oder? Nee, aber... Waren es wirklich Warnschüsse? Ja, das ist das, oder? Ja, genau. Direkt Warnsch... In direkter Warnung war das, Alter. Und wenn ich jetzt hier oben lang laufe, dann sitzen die da auch wieder alle auf dem Dach, oder? Hm. Ich muss, glaube ich, hier rein, und dann laufe ich drinnen. Sie schießen, das hat doch mit Warnung nichts mehr zu tun, Alter. Du Idiot. Wie er da sitzt, Alter. Er hat es sich bequem gemacht. Ein kleines Niggerchen am Mittag, naja. Wie so, wie der Daddybär am Auto da hinten. So sitzt er auch hier mit Plüschkopf. Ich laufe jetzt einfach mal los hier. Hast du ihn kalt gemacht? Hm-hm. Nee. Ich bin vor der gestorben. Ach so? War der erste, der tot war, ja. Scheiße. So, hab ich alles? Oh, 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 oh. Jetzt hätte ich fast einen Flashtreifen mit reingenommen. Noch gut, dass ich nochmal geguckt habe. Bist du des Wahnsinns? Ja. Aua, Mama, Mama, ich muss weg. Nein, das... Ey, das war eine ganze Horte, Alter. Zwei Tor zur Tür raus und zwei standen noch drin, Alter. Boah, nee. Das ist aber auch da. Der Sportfreund. Der schießt nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich hole den mal jetzt. Ich finde es gut. Habtum. Irgendeiner hat ihn erschossen. Ja, ja, das war ich. Hast du dir so gedacht? Ich brauch's. Das hier. Ja, weil er hier so versteckt liegt. Also, musst du mal gucken. Also, hier habe ich schon mal wirklich gute Sachen gefunden. Also, hier ist beispielsweise jetzt eine Mutter drin. Was, eine Mutter? Mutter, diese Schraub. Ach so. 1.400 Rubel. Bibi. Bibi, sag's. Zurück. Ja, zurück. Sag's. Ich bin tot. Wer läuft? Wer läuft? Ach, komm, Treppe hoch, Benji. Mittlere Treppe. Alles klar. Ich werde mich also Bommel anschließen. Boah, mir läuft die Suppe dem Buckel runter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall, danke ich euch. Check, Fuchs. Fuchs, danke fürs Abo und fürs Follow. Sorry. Und Check und Bommel, danke fürs Follow. Alle anderen, danke fürs Dabeisein, für die Kommentare, fürs Aufmuntern. Einfach für die gute Unterhaltung. Ohne euch wäre es nur halb so schön, ohne Witz. Wenn ich ohne euch da unten im Reserve gesessen hätte, ich hätte mich mit meiner eigenen Waffe erschossen. So, Rinihauen, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Und dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.